In Simmern haben die Veranstalter das Programm für die Heimat Europa Filmfestspiele vorgestellt. Ab dem 7. August gibt es in und um Simmern drei Wochen lang Filme, Live-Konzerte, Kabarett und andere Kulturangebote. Woah-oh-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017